Afghanistan Afghanistan, drei Jahre nach dem Fall der Taliban. Hier Hilfe zu leisten, ist eine delikate Angelegenheit. Pfarrer Sieber machte Furore, war nicht zu übersehen. Der stadtbekannte Knecht Gottes, der kompromisslos seinen Weg ging. Er ist so ein heisser Knecker. Er kennt wieder nichts. Er hat einen Furzgehang gefunden. Nein, so wollte er nicht mehr weiter. Jetzt muss ich noch ein paar Stunden. Als Partner, haben wir gesagt, kommen über Ihre Ehre. Die Mission hat gestartet. Sie sehen es mit eigenen Augen. Unser Land ist am Ende. Eine Ruine. Es gibt für ihn nichts anderes als bis zum letzten Atemzug die Arbeit machen. Also werden die Angelegenheit erneuer. Eine Rondelle, die in den letzten Tag nehmen. Eine Runde. Untertitelung des ZDF, 2020